recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in folge nummer 149 von avorion ja wir haben hier noch was zu machen eigentlich sollte das schiff hier automatisch machen aber es macht nicht automatisch warum nicht weil es wahrscheinlich nicht aufgetankt ist okay dann würde ich aber sagen das passiert jetzt gleich im schnitt wenn ihr das intro anguckt dann werde ich zusehen dass hier die lady 2 weiterspringt und so weiter und sofort und ich würde dann sagen wir sehen uns nach dem intro bis gleich so dann sind wir ein paar sektoren weiter gesprungen die lady ist unterwegs zu den beiden anderen schiffen wie wir da sehen ich hoffe die brems frühzeitig ab aber das sieht gut aus und jetzt ist das ziel erreicht autopilot ist noch an aber rückt das macht es aus okay jetzt schauen wir mal rein die fracht ist hier kapitän bergbau kapitän tier 2 bergbau arbeiterin stufe 1 stufe 2 umwürfe geschütze plus 2 umwürfe geschütze plus 2 markiert versteckte ressourcen versteckte ressourcen wenn auch markiert abbau dauer plus anderthalb stunden abbau da war zweieinhalb stunden level 1 level 1 erfahrungsstufe 0 prozent 0 prozent gehalt ist 27 28 erhält mehr erfahrung erhöhte risiko für hinterhalte schnelle durchführung von befehlen ok findet geschütztürme und selbst systeme glücksbild dann würde ich den noch mal kapitän zu weise von bord schicken wir werden jetzt mit dem rüber setzen doppelklick zu weisen rechte maus das sind mehr optionen möchte den haben kapitän vom bord schicken das glaubt nicht so gut ich wollte jetzt nicht eure karte wir müssen da noch ein bisschen vielleicht näher ran damit war transferieren können so und dann interagieren da muss ich das f nummer weg machen muss den auswählen und dann f drücken frachtjäger transferieren so jetzt muss man schauen rechts ist der meiner oder so und dann muss ich wahrscheinlich das schiff einsteigen damit das klappt was ich vorher habe so t hab ich den zu weisen was sagt er denn jetzt hier jetzt hat er es gemacht ich habe wohl eben beim ersten mal nicht richtig getroffen so jetzt haben wir hier im bergbauer dass es klappt der später sitze ich ab stufe 5 level 5 level 2 jetzt würde ich aber definitiv diese person transferieren muss man da oben jetzt für ein symbol die moral ist niedrig okay auf welchen schiff denn transferieren also das war das falsche schiff jetzt gerade wir müssen noch ein schiff hier näher haben transferieren so bergmann ist da so jetzt ist alles gut glaube schrift betreten was haben wir hier jetzt schiffe stark beschädigt im baumodus reparieren wir das jetzt jetzt ist wieder fit gehen wir dahin da steht nix gehen wir dahin da ist nur der autopilot an wenn wir erstmal weg machen so das ist jetzt der meiner und da kann ja nicht sein dass ich jetzt falsch gemacht habe du glaubst es doch nicht oder lady wechseln hier ist keiner drin das kann ja nicht sein ich habe das falsche schiff ausgewählt werkt man das weiß nicht gut das ist der meiner jetzt in das schiff wechseln e okay okay und das schiff wechseln e gut warte mal abziehen so passt das ist jetzt der meiner f du bist zu weit weg ok immer noch zu weit weg transferieren ok so passt es glaubt wieder hier ist jetzt alles prima wir wechseln gerade in den meiner das war verkehrt ich wollte ins i und den kapitän zu weisen so jetzt ist das richtig ne ok ok jetzt können wir hier zur lady zum beispiel wechseln wir können jetzt dem meiner sagen der jetzt den passenden dingens da drinne hat typen da drinne hat dass er in diesem zielgebiet abbauen soll sicherer modus zwei prozent sofortige lieferung ertriebe müssen nicht abgeholt werden sondern werden direkt gut geschrieben er kann ruhig zwei stunden da was machen und hier gibt es nur eisen und titan wenn ich das weg mache gibt es auch nur eisen und titan und dann auch noch ok das bedeutet das brauchen wir hier nicht machen sondern wir müssen erstmal weiter gehen zentrum das ist der meiner und den schicken wir jetzt mal richtung zentrum das ist doch mal ein thema dahin zu gehen oder so der ist beschäftigt springt erstmal ein paar meter weiter und ist schon weg lady schiff warte mal was ist jetzt hier auf diesem schiff hier sind die leute drauf das bedeutet ich mache diese beiden ladies mal zu einer einheit und macht befehle mich eskortieren gut okay dann haben wir das ne das war falsch das will ich nicht ich will jetzt hier ist der und die haben wir dazu noch ein dingens drauf auf der lady zwei jetzt gehen wir zur karte jetzt müssen wir noch ein meiner mehr suchen meine eins ist klar was ist das denn hier für einer fokus sollte eins wechseln im sektor wechseln machen wir mal wechseln wir mal zu reiter 1 aber den können wir auch schon gleich richtung mitte schicken das bringt ja auch nichts ne was haben wir hier für ausrüstung das ist kein schiff zum abbauen was haben wir hier für eine wahnmeldung es ist sehr schwach dann gehen wir mal in den baumodus und könnten ja mal was ausrüsten machen wenn es geht geht nicht weil geschützt kontrollsystem fehlt aber wir haben auch keine rechenleistung hightech handelssystem der ist da er ist wieder mal zu klein das schiff ne das sind wir hier aber da können wir es einsammeln Trinium ist das ne sehr gut das war die flotte station und schiffe anzeigen status Traveller, Reiter, Spritquelle, Miner wo sind Miner 2 haben wir keinen hier ist Miner 3 kann ich auf der karte zeigen ok ja das bedeutet Miner 3 kannst du erstmal auch ins zentrum schicken so Nimm dies Freibäuter was war das ok wahrscheinlich genügend Sprünge und geht nicht weiter ist auch erstmal gut wenn er so viel springt discover kann ich das mal zentrieren ich kann auch zu dem wechseln fokus computerkomponenten fabrikkäste ok das ist discover discover ist hier aber dann so ein bisschen falsch discover müsste dann mal gucken dass wir den wo ist der fokus da ist er so ok ist ein bisschen Sprungreichweite schon größer so dann gehen wir da mal hin und dann kann der da weiter gucken ne das haben wir erstmal ok ok lady ist klar meiner ist klar Spritquelle was macht die Spritquelle ne Fokus achso Fokus war das in Sektor wechseln macht er auch nicht in Sektor wechseln ins Schiff in Sektor wechseln wechseln wir zur Spritquelle geht das jetzt ok irgendwas erzählt er mir von ist außer Reichweite Feinde angreifen stopp ins Schiff in Sektor wechseln Station Spritquelle wechseln warum macht er das nicht gut in Sektor wechseln geht auch nicht gut keine Ahnung warum das nicht funktioniert vielleicht weil es eine Station ist das weiß ich auch nicht aber das werden wir dann auf Dauer mal checken hier haben wir das Schiff Reiter 1 jetzt werden wir hier mal gucken warum mag der jetzt da nicht rein springen hier jetzt gehts oder ne ne tja gute Frage nächste Frage ne was macht er jetzt wahrscheinlich war ich in dem Baum Modus und da konnte er nicht sprengen kann da sein naja ok soll jetzt nicht ganz so schlimm sein ich weiß jetzt nicht wo wir gerade raus kommen ich hoffe es ist bei Reiter 1 Befehligen von Jägern ok das ist jetzt glaube ich die Spritquelle hier wahrscheinlich ne ja sieht so aus dann machen wir da nächstes Mal weiter ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch keine überhaupt macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an damit wir jetzt das nächste Video hochladen gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen mir fällt gerade so ein für den Thomas Stiller ich habe noch eine Liste muss ich noch mal reingucken was ich vergessen habe aber die Kapitän habe ich schon mal auf jeden Fall gemacht wir mussten mehr ins Zentrum um bessere Ressourcen abzubauen aber da kümmern wir uns in der nächsten Folge dann weiter drum bis dann Ciao Ciao